Was ist die Zahnbehandlung in Denta Prime? In Denta Prime habe ich eine ganz andere Art von Zahnbehandlung kennengelernt wie in Deutschland. Viel ausführlicher, viel konkreter und natürlich auch viel günstiger. Also es kam wesentlich billiger wie mein Kostenbarnschlag in Deutschland. Wenn man aus Deutschland kommt nach Bulgarien, dann hat man vielleicht gewisse Ängste, Vorurteile vielleicht. Die waren bei der ersten Behandlung weg. Für mich war einfach wichtig, dass ich einmal im Leben schöne Zähne habe und die habe ich gefunden.